Hallo, euer Kapo hier. Heute ein weiteres Video von Watcher of Whelms. Wie im ersten Video schon erwähnt, ist eine spezielle Beschwörung, wo ein neuer Champion dabei ist, den ich im letzten Video vorgestellt habe. Zusätzlich ist aber auch noch eine dunkle Beschwörung, ein zusätzliches Event, wo ihr einen Helden bekommen könnt mit einer auch 10-fach Droprate und, die kleine Sache noch dazu, innerhalb von 250 Beschwörungen, was ja gerade nicht wenig ist, ist sie garantiert. Also bekommt ihr diesen Champion garantiert. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gut, wenn man so viel angesammelt hat, was die wenigsten, denke ich, haben. Gehen wir mal wieder über den Champion drüber und ich gebe euch meine Meinung dazu, ob ich euch den Champion empfehlen kann und ja, wie gesagt, was halt meine Meinung dazu ist. Falsia, ein legendärer Champion, Kämpfer von der Fraktion Nordländer. Ihre Angriffsreichweite ist ein Feld, reicht aber bei ihr völlig aus. Sie hat ein Talent, sie erhält für 25 Sekunden Dämonentöterhaltung. Das bedeutet, der Grundangriff fügt 160% Absolut Damage zusätzlich zu. Schattenhieb fügt 5x 260% Absolut Damage zusätzlich zu. Das klingt richtig viel. Nachdem der Grundangriff 20x ausgeführt wurde, erhält außerdem spezielle Angriffsgeschwindigkeit. Stärkere Reduktion des Angriffsintervals je nach Attribut Angriffgeschwindigkeit. Gehen wir über ihren Grundangriff drüber. Fügt ein Gegner 75% Normal Damage und 75% Magie Damage zu. Kann man noch steigern? Klingt für eine A1 wirklich geil. Ihr wisst, ich meckere eigentlich immer rum, weil jemand da steht, fügt einen Gegner, aber einen Gegner extrem viel. Also meistens ist beim Leggy gebuckt 120% Schaden. Das ist so meistens der Fall. Aber wie ihr seht, ist es ja jetzt schon hier 150. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich vermute mal, dass die 20 Punkte mehr 95 und hier 95 sind und nicht nur 95 und 75. So, das ist mal locker 70% mehr, als was sonst bei einem Einzeldamage beim Leggy rumkommt. Und das finde ich schon mal bei ihr extrem genial. Kommen wir zu ihrer Passiven. Wenn der Held in der Dämonenhaltung ist, steigt der Damage um 30%. Wenn der Held über ein Schild verfügt, steigt der Damage zusätzlich um 20%. Wenn ihr Vortex einsetzt, kommt ja oft immer die Überheilung von Vortex und das ist ein Schild drauf. Von daher ist es nicht gerade wenig oder kommt nicht gerade selten vor. Von daher bekommt ihr immer dann 20% zusätzlichen Schaden. Ist halt wirklich oder klingt wirklich sehr, sehr geil. Ich kann sie mir richtig gut beim Gildenboss zum Beispiel vorstellen. Das wäre so meine Vermutung. Wie gesagt, ich habe sie nicht getestet. Ich habe sie nicht. Das ist einfach nur meine persönliche Einschätzung. Passive noch. Tritt nach dem Einsetzen sofort in die Dämonenhaltung für 25 Sekunden. Kommen wir zu ihrer Ulti. Die finde ich hat es auch richtig in sich. Fügt ein Gegner 5x 100% Normalen Damage und 5x 100% Magie Damage zu. Das heißt 1000, das kann auch um 60 gesteigert werden. Das heißt dann 1120%, wenn man das zusammenrechnet. Wie geil ist das? Also ich habe noch nie einen Held gesehen, der mit einem Angriff oder mit einer Ulti 1200 Schaden zufügt. Wie gesagt, ist zwar alles immer nur auf einen Gegner, aber ich finde, das klingt gerade beim Gildenboss richtig, richtig gut. Man kann sich da natürlich jetzt auch vertun, weil ich habe sie ja wie gesagt nicht getestet. Aber meine Meinung, ich finde sie richtig, richtig geil. Gehen wir mal über ihre Stats drüber. Sie hat extrem viel LP. Wirklich viel für einen, selbst für einen Leggy ist das viel. Das sind viele mit 900 oder so oder 1000. Da hat sie wirklich mit 1110 sehr, sehr viel. Sie hat wirklich einen guten Angriff. 450, gut, könnte noch Richtung 500 mehr gehen. So knapp 500 wäre natürlich noch eine Schippe besser. Aber 450, da lässt sich auf jeden Fall schon was machen. Angriffsintervall 2,6 Sekunden, den man natürlich dann auch noch drücken kann. Ansonsten gibt es nicht so viel zu erwähnen. Kosten 19 ist halt schon nicht wenig. Aber wie gesagt, ich finde sie halt wirklich rein weg von den Multiplikatoren finde ich es wirklich sehr, sehr geil. Die 1 beim Erwecken erhält beim Eintritten die Dämonhaltung ein Schild mit einer Stärke von 2000 Prozent der Angriffsgeschwindigkeit für 10 Sekunden. Auf jeden Fall geil. Sie kriegt ein Schild und was macht sie mit dem Schild? Genau 20 Prozent mehr Schaden. Angriff plus 5 Prozent, was viel ausmachen kann. Wenn der Held in der Dämonhaltung ist, sinkt der Angriffsintervall um 20 Prozent. Kritrate plus 8 Prozent, auch sehr, sehr geil, um sie einfach auf 100 Prozent zu kriegen. Und wenn der Held in der Dämonhaltung ist, wird sie beim tödlichen Damage immun gegen den Tod. Sobald der Effekt jedoch endet, stirbt sie sofort. Also wie gesagt, meine Meinung, ich finde sie geil. Ich werde es probieren, auf sie zu gehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil den anderen, habe ich schon vorgestellt, bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt bei der Heilerin wie bei ihr. Ich werde sie probieren zu holen und werde euch dann auch gerne mehr Feedback geben, ob sie wirklich so gut ist, wie ich es halt vermute. Ja, lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von ihr haltet. Ob ihr auch meiner Meinung seid, dass sie sehr geil klingt, also dass sie wirklich gerade für den Gildenboss zum Beispiel sehr viel Schaden machen kann. Ja, lasst mich das wie gesagt gerne in den Kommentaren wissen und ansonsten wie immer sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Kapo. Macht's gut. Ciao, ciao.